Hi Ho und herzlich willkommen zu meinem Freitagsvideo. Heute ist Freitag und ja, lasst uns mal über Demokratie reden. Es kam gerade zu locker flockig, ne? Aber gar nicht. Ja, es kam einfach aus mir raus. Ich fange euch an. Nein, ich zieh's durch. Ich zieh's jetzt durch. Ja, natürlich. Also, heute ist Freitag und ja, ich habe mal über Demokratie nachgedacht und dabei habe ich dann auch mit meiner Mutter drüber geredet. Und der Grund dafür war, dass ich tatsächlich raschelnderweise, ich meine überraschenderweise, Und du hast mit mir geredet. Also, lass uns im selben Boot zusammen rumpfschippern. So, also hört man dich nicht so gut. Du bist zu weit weg. Jetzt fange ich neu an. Hi Ho und herzlich willkommen zu meinem Freitagsvideo. Heute ist Freitag und ja, ich habe mir zur Zeit öfter Videos angeguckt wegen der EU-Wahl und allem zum Thema EU und Politik und überhaupt. Und eigentlich habe ich mir mal vorgenommen, auf diesem Kanal nicht über Politik so viel zu reden, aber ja, irgendwie passiert's dennoch. Ja, aber auf jeden Fall habe ich ein Video gesehen, wo einer gesagt hat, dass sehr viele junge Menschen inzwischen die Demokratie nicht mehr möchten. Und ja, dann ist bei mir dann ehrlich gesagt so im ersten Moment der Gedanke aufgekommen, Ja, wenn man aber keine Demokratie möchte, was wird denn dann überhaupt, was kommt denn dann überhaupt nach der Demokratie? Dass das ein Einzige regiert und dann habe ich so überlegt, oder dass einer alle Entscheidungen und für uns alle trifft. Und dann habe ich so weiter überlegt und habe gedacht, naja, eigentlich ist die Demokratie, wie wir sie jetzt gerade haben, eine soziale... Was? Ich habe zu dir vorher gesagt, ich will es nicht sagen, das Wort. Dann hast du gesagt, mach doch. Und jetzt mache ich es und jetzt bist du wieder so... Also manchmal warst du echt kompliziert, Mama. Du musst das richtige Wort machen. Ja, wie ist es denn? Na, wenn du es nicht nachplappern. Ja, wenn du es mir nicht sagst, heißt es, ich nachplappern. Mann! Könntest du mir jetzt das Wort nennen, damit ich mein Video weiterdrehen kann? Ich weiß gerade nicht ein. Mann, das wäre toll. Na gut. Dann fang ich halt nochmal rein. Und herzlich willkommen zu meinem Freitagsvideo. Wenn ihr wüsstet, wie viel du versucht, das jetzt schon ist, aber ich versuche es nochmal. Ja, heute ist Freitag und ich dachte... Jetzt habe ich einen Hänger. Ach, das glaube ich mir doch jetzt echt nicht. Ich habe gerade den vollen Hänger. Ich kann richtig rauschen in meinem Hörn hören. So richtig so ein... Wie so die Wellen. Nein. Irgendwas muss doch jetzt kommen. Ich kann es wieder abbrechen, oder? Ja. Ja, und herzlich willkommen zu meinem Freitagsvideo. Heute reden wir über Demokratie. So. Jetzt müssen wir schnell machen, weil ich habe vorher schon drei Anläufe versucht. Und der erste war nichts, der zweite war nichts und der dritte war nur ein Hörnrauschen. Und deswegen versuche ich es jetzt auf die andere Art. Schnell und fix und fertig. Und jetzt muss ich an Maggi denken. Hey, was ist mit mir los? Wieso denke ich jetzt an Maggi fix und fertig? Ja Mann, das wird echt nichts. Lebst du noch, Leo? Ein Zeichen wäre nett. Ach, na bravo. Das kann ich auch nicht nehmen. Ich gehe nach dem Hasen gucken. Hi, und herzlich willkommen zu meinem Freitagsvideo. Heute ist Freitag und lasst uns doch mal über flauschige Wolken blauen. Oh Mann, das ist jetzt die Verzweiflung. Oh Mann, wie kann es sein, dass man uns gar nichts hinkriegt? Über Demokratie. Über Demokratie. Nein, aber bei den flauschigen Wolken kam auch gerade bloß ein Bild von Wolken in meinem Kopf, die rumtanzen. Da kommt heute nichts mehr, habe ich so das Gefühl. Manchmal klappt es für eine Idee, diese ganzen Videos aneinander zu schnippeln und das mal. Ja, als Kommentar verzweifeln, den Versuch auf die Demokratie zu sein. Ja, das könnte man wirklich machen. Na gut, dann ist das hier jetzt offiziell mein letzter Versuch gewesen. Es scheint heute irgendwie nicht zu wollen. Das gibt es auch. Es gibt Tage, an denen es einfach nicht klappen will, ein gutes Thema zu bringen. Ich wollte euch was Tolles zur Demokratie sagen, aber mal ganz ehrlich. Es gibt ja nicht viel Gutes zu sagen, gerade von mir. Weil es ist eine gute Sache und es ist immer gut, die Demokratie zu haben. Weil wenn jeder das Recht hat, etwas zu sagen, dann ist das doch toll. Ja. Und gut. Das wäre jetzt so. Ja, da kommt nicht mehr mehr. Ich habe so die Befürchtung. Ich werde jetzt auf jeden Fall das Video zusammenschnippeln. Ich werde mal gucken, was ich daraus noch zusammengeschnippelt bekommen. Ich wünsche euch jetzt ein wunderschönes Wochenende. Ich hoffe, dass ihr nicht so froh ich mal vorbei seid wie ich. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob euch das auch schon mal so gegangen ist, dass überhaupt nichts mehr gekommen ist. Also wirklich gar nichts Sinnvolles. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.rede-mein-outlook.com Ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Zeit. Wir sehen uns. Bis bald. Ciao.